Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update. Es freut mich, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich habe wieder einige interessante Neuigkeiten für dich. Und da wird es heute auch mal wieder über die Fabrik hier in Grünheide gehen. Auch danke an Tobias Lind für das heutige Update. Ihr seht dort im Hintergrund einige Model Y Performance. Aber damit starten wir auch gleich rein. Denn Real Rusty hat uns hier ein Update gegeben, hat nochmal Kontakt aufgenommen mit dem Sales Manager. Und hier ist ganz wichtig, vergesst bitte nicht, dass es bei den Sales Manager leider immer verschiedene Aussagen gibt. Wir können hier nur so den Mittelweg finden, um zu erahnen, was dann tatsächlich passiert. Und zwar geht es hier als allererstes um die Farben, denn die Farben spielen eine Rolle bei der Auslieferungszeit. Und es deutet sich auch im Tesla Freunde Forum heute, habe ich nochmal nachgeschaut an, dass die schwarze Farbe als allererstes kommt, danach die weiße Farbe und dass es dann erst Richtung zweites Quartal, Richtung Ende zweiten Quartals in die anderen Farben hineingeht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel blau bestellt hast, kann es sein, dass du noch keine weiteren Lieferupdates hast bei der Performance Variante, weil diese Farbe nicht am Anfang kommen wird. Dass all diejenigen, die eben halt schwarz haben und weiß haben, werden bevorzugt am Anfang. Und das ist so das, was sich hier so rauskristallisiert. Das nochmal als Information. Des Weiteren haben wir auch noch ein Update zum Model Y Long Range. Das ist das erste Update, was ich soweit gehört habe. Hier hat der Sales Manager zumindest hier zum Real Rusty entsprechend mitgeteilt, dass es zum dritten Quartal kommt. Das ist, glaube ich, eher eine, ich würde sagen, eine vorsichtige Aussage. Wenn jetzt die Genehmigung wirklich zeitnah kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Zeitplan auch noch früher eingehalten wird oder früher kommt. Aber erstmal grundsätzlich, wenn du jetzt ein Model Y Long Range bestellst, musst du davon ausgehen, dass dieses Auto bis zum dritten Quartal dann ganz normal aus China kommt. So wie es ja weiterhin der Fall ist, auch in diesem Moment. Wenn du dieses Auto aber explizit entsprechend aus Grünheide haben möchtest, solltest du dich da aber nochmal mit deinem Sales Advisor in Kontakt setzen, um hier entsprechend nochmal das explizit zu vermerken, sodass die von Tesla-Seite Bescheid wissen. Es gibt ja auch inzwischen sehr viele Spekulationen, dass die Anzahl der Verkäufe hier in Deutschland fürs Model Y etwas niedriger ausfallen wird, weil viele auf die Autos hier aus Grünheide warten. Ein weiteres Update, was ich ja auch schon mal genannt hatte in Bezug auf den Cybertruck, da deutet sich tatsächlich an, da hatte auch der Real Rusty nochmal eine Nachfrage zu gehabt. Da soll es tatsächlich für die europäische Variante ein Update im ersten Quartal geben. Das bestätigt nochmal so das, was ich euch auch in den letzten Videos zum Thema Slowakei passiert ist, oder es ist einfach nur ein absolutes Gerücht, aber diese ganzen Bestätigungen auch vom Wirtschaftsminister in der Slowakei, dass ein großes Unternehmen kommen soll und die Beziehung zwischen Tesla und Slowakei, all diese ganzen Geschichten, da wird es wahrscheinlich ein Update geben. Also ganz gespannt bleiben für diejenigen, die auf den Cybertruck warten. Dann schauen wir nochmal nach China. Hier habe ich nochmal Zahlen für euch, das Model Y im Dezember mit 40.000. Dann haben wir ja entsprechend das Tesla Model 3, welches ja auch nicht sich schlecht verkauft hat und das ist entsprechend ganz oben auf der Liste drauf. Da haben wir hier nochmal bei Unternehmen und wir sehen im Dezember, dass Tesla hier im Premium-Luxury-Segment doch führend ist und ein Anstieg hat von 175 Prozent, ein Marktanteil von 18,7 Prozent. Wir möchten aber natürlich neutral bleiben, so gut es möglich ist und natürlich müssen wir einfach mal sagen, es gibt auch noch andere Unternehmen und es ist ein harter, harter Kampf, der in China stattfindet und Tesla ist hier an dritter Stelle, wenn es über das ganze Jahr gerechnet ist, mit knapp 300.000 Autos, die da in dieser Statistik aufgeführt werden. Es ist also ganz klar und deutlich, dass es hier mit BYD einen der größten Konkurrenten gibt auf dem Markt, die auch nicht nur im normalen Pkw-Markt unterwegs sind, sondern ja auch bei den Bussen unterwegs sind und auch noch andere Projekte haben und von daher finde ich es sehr interessant, wie die Marke Tesla in China aufgenommen wird und es wird sich auch daran zeigen an diesem Markt, ob Produkte, technikaffine Kunden, vor allem auch in China mit Software und allem, es muss perfekt sein, das sind die Erwartungen dieser Kunden, da wird sich langfristig auch, wenn die Subventionen vom Staat weiter zurückgehen, so wie wir das ja auch in Deutschland in zwei Jahren erleben könnten, da wird sich dann zeigen, welches Produkt sind die Leute trotzdem noch bereit zu kaufen. Die Model Y-Produktion läuft ja sehr gut in China und das Produkt wird auch sehr, sehr gut angenommen. Da ist natürlich die offene Frage, ist es dann zu teuer in dem Moment, wo entsprechend dann die Förderung wegfällt. Aber wir wissen ja, die Model Y-Standard-Variante ist in China und die Nachfrage ist da auch entsprechend hoch. Nochmal als Erinnerung für die, die nämlich noch nicht so lange dabei sind, die Model Y-Standard-Variante gab es auch mit 0% Finanzierung, möglicherweise da in China. Das musste man stoppen, weil die Nachfrage so hoch war, dass die Leute Tesla die Türen eingerannt sind. Dann schauen wir nochmal auf das Thema Full Self-Driving mit den Punkten 12.000 Euro, beziehungsweise 12.000 Dollar. Da überschlagen sich auch wieder mal die Ereignisse. Und da wollte ich nochmal zu diesem Thema ein bisschen drauf eingehen, weil es doch sehr, sehr viele Leute beschäftigt und frustriert. Als allererstes versuche ich immer die Kontakte so aufzubauen international, dass ich auch Material habe, welches ich euch hier teilen kann. Dieses hier stammt von dem YouTube-Kanal AI Driver. Also gerne auch mal da vorbeischauen. Hier habt ihr immer den aktuellsten Stand der Beta-Software. Betonderweise, es ist eine Beta-Software. Und das ist der letzte Stand, den wir haben. Jetzt sind wir hier nicht auf einer deutschen Autobahn. Wir sind in einem Wohngebiet. Wir haben vielleicht nicht so viele Schilderkennungssituationen, wie in Deutschland das sein mag. Aber ihr könnt hier sehr deutlich sehen, was der letzte Stand ist. Wie reagiert das Auto? Wie viele Fehler macht das Auto? Und es ist eben halt sehr interessant, hier den Fortschritt zu beobachten. Ich persönlich bleibe dabei, dass ich einen Preis von 12.000 Dollar für einen deutschen oder europäischen Kunden bei weitem zu teuer finde. Ich bin der Meinung, dass Tesla hier nicht genug bietet, um diese 12.000 Dollar zu rechtfertigen. Selbst in Amerika, für diejenigen, die nicht an diesem Beta-Test teilnehmen und somit nicht das neueste Update überhaupt nutzen können, ist es auch so, dass viele dieses inzwischen kritisch sehen. Und es wird jetzt spannend sein, wie hier Tesla reagiert, inwieweit sie jetzt diese Technologie, die sie ja hier versprechen, dann auch wirklich liefern. Ich hatte ja mehrmals gesagt, dass Elon Musk hierzu gesagt hatte, dass man für Europa ein Update im März haben wird. Aber Tesla ist natürlich vor allem in Europa und ja nun in Amerika teilweise auch, natürlich vollkommen auf die Regularien und die Behörden angewiesen, dass eben halt solch ein Beta-Test vielleicht auch in der EU irgendwann erlaubt wird. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Ich danke dir für deine Unterstützung und du kannst mich auch auf Tessi Supply bei einem Podcast oder YouTube finden. Da gehe ich auch noch mal auf Themen etwas tiefer ein und behandle auch noch andere Sachen rund um das Thema Tesla. Mach's gut, bis dann!